Hallo und schön, da sind wir wieder mit GTA Online. Ich habe wieder in der letzten Folge komische Sachen erlebt und diesmal geht es natürlich weiter, aber vorher möchte ich mal zu dem Waffenladen bisschen die Munition hier aufstocken und so damit wir auch immer gut bewaffnet sind ja hallochit ja wie schön es ist wenn noch alles gesperrt ist tut 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 und mehr geht noch nicht ist das ne miese scheiße naja ach guber hier wir haben doch hier das ist nicht verfügbar das ist nicht verfügbar fürs erste ok hey wass up wollen wir mal zu MC Fragezeichen fahren oder zu Michael für Michael haben wir auch ein Fragezeichen da stehen ja brav radio bleibt schön aus oder warte mal zeit wir machen wir da auch mission fahr mal zu michael besoski wurde aber auch wieder am arsch der welt das hätte ordentlich geknallt nächste mit schutzschall kann er ruft mich jetzt ab ich hab mich nicht mehr 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 Der Job ist jetzt bei uns. Für ne Weile, ja ja. Dann werden wir die Wähler los. Wer ist er denn hier? Woh? Michael, calm down. Was ist passiert? Nichts passiert, es war ein Verständnis. Sie hat die Brücke in meine Brücke. Du bist verdammt. Es war nicht so. Du bist fertig? Ich meine, wir gehen. Wir holen den Schein. Geben ihn nicht! Möge ihn! Wartner Michael Fall ist echt Zustand Ja die biegen immer wieder ab wenn man hier vorbeifährt Sackgesicht ey Er will er mich verarschen Willst du mich verarschen du Huwe du Wichser Alter ist der behindert Behinderte scheiß Penner in seinem dreckigen Wohnwagen Blöder Pisser im Mann Ja scheiße wirklich wo ist er Oops Ja Hier Hier ist ein Winch im Hintergrund der Trucke. Die Kabel zu einem kleinen Support da oben. Du willst du das Deck runterziehen? Hey, das Brick hat meine Verkaufnahme runtergebracht. Man, du bist wirklich so dramatisch. Ja, egal. Ich sagte, ich habe die Session gemacht, Mann! Es gab viele Session, Mann! Ich denke, du warst mehr als nur ihre Rückhand. Die Rückhand hat einen langen Weg gebracht, Mann! Manchmal wird es besser werden, um besser zu werden. Ja, vielleicht sollte ich da und meine Rückhande präsentieren. Auf deinem Gesicht! Mann, deine Energie negativer ist wirklich wirklich zufrieden. Oh, ich hoffe es ist, Mann! Wir sind zusammen, Mann! Du kommst in meine Haus, holst meine Geld, und knallst meine Frau? Sind Sie schuldigst du mich? Ich werde meine Hande aufbauen und sagen, das war nicht cool, Mann! Mein Schmerz! Mein Schmerz! Wie verdammt! Wie verdammt! Wie verdammt! Kann ich dir bitte meine Applaus geben? Du verdammt! Du verdammt! Und wir sehen, wie du magst, wenn jemand mit deiner Scheiße gefällt! Oh, hey! Warte! Du hast die falsche Idee, Mann! Woah! Verdammt! Fräulei, jetzt geht's aber richtig gut. Hier wir gehen! Haha, wir sehen, was passiert. Wie geht's euch? Ja, nein, nimmst du die sch cheuer? wirklich los. Haha, die Hai Ven ав Global ist gerång, who questo kurze! Ja, boi! Man, I think that shit's comin' down, man. RACHFEROSS! Oh, fuck! Oh, fuck! Hehehehe Yeah! Hot, come on! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him! But what are we really trying to pull that dude house off the fuckin' hill? Hey, we were trying to teach him a fuckin' lesson! Now that's an expensive bitchass lesson, man! Maybe I'll keep it on the curtain out of my wife! Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker! Hey, it's a service to the fuckin' community! Tja... Das Haus braucht ne Renovierung. Mr. DeSanta, what the hell? No! That's not my house! Bullshit! Oh, that took what he knew about! Oh, bro! I couldn't afford a place like that! I'm a tennis coach, I hit balls for a living! I was just hidin' there! Give me a phone! You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady! Just fuckin' terrified! Shit! We got some heavies on us, homie! You kiddin' me? Kid, you do somethin'? I'll try, man! Try! Try! Come on, kid! This is a misunderstanding, motherfucker! Shit, man! Get rid of'em! Hey! Fuck off! Dude! Fuckin' idiot! I'm sorry, I'm not so trained! We got a book, man, go! Boah, ich könnte eine MP gebrauchen. Ich versuche die Reifen zu schießen, aber so geht's auch. Ich denke, du schluchst ihn, Mann. All right, gehen wir nach Hause. Wow! Shit! Du bist gut. Ich meine, deine Ame ist all over the place, aber du bist eine Hilfe. Ah, danke! Ich glaube. Hey, nicht die Fettung. Geh zu der Fettung. Arbeit auf deine Ame. Du bist gut. Oh, fuck, Mann. Shit, du bist gut? Du bist gut wie Wein. Ich habe ein paar Knacks. Du bist okay? Du bist gut, Mann. Ich bin cool, Mann. Ich meine, du. Mentally. Mentally. Oh, Mann. Ich bin fucking Ex. Mein Herz ist nicht so wie das in Jahren. Oh! Yes! Fuckin' A! Man, du klingst ein bisschen Mann. Du bist nur grüßt. Du bist nur grüßt. Du bist nur grüßt. Du bist nur grüßt. Ich werde auf jeden Fall gehen. Wir handeln das. Wherever die fuck Martin Madrazo ist. Ich habe es nicht mehr zu tun. Ich habe es nicht mehr zu tun. Hey, danke für die Hilfe von dir heute Abend. Ich hatte keine Idee, was ich so heiße. Ich habe es nicht so heiß. Shit, die Hände aus der Helle aus der Helle ist. Das ist eine weirde Weise zu klingeln. Ja, ich dachte, ich bin mit all der ganzen Scheine. Ich weiß nicht, was das ist passiert. Ich weiß, was das ist passiert. Oh, shit. Ich denke, wir sind zu finden. Wir sind zu finden. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Du bist? Du bist? Du bist? Ich denke, so. Gut. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wo du bist. Wer bist du? Ich bin Franklin. Ich bin Franklin. Lass uns. Jetzt, Franklin. Vielleicht, du kannst du hier Hilfe, Herr DeSanta. Wer bin ich? Ich denke, Martin. Madrazo? Good boy. Now, maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. What? Did you pull an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuilds, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuilds will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Well, that's nice. That's a beer. Come on, man. Beer! Damn, you alright? Never better. So what name? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck! Aw, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. Might have to track him down. Just give me a little alone time, alright? Okay. Alright, Goa. Fuck, man. Shit. Hehehe, he läuft bei dem. Tja. Naja. Dat war ja nicht so prickelt. Hello. Hello? Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you, Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Tja. Der Lester, der alte Knabe. Den werden wir da wohl besuchen. Pfff. Wir sind ja fast pleite hier mit Michael, jetzt. Nicht so praktisch. Neuer. Ehhh... Tja. Ehhh... 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 walk-ins are more expensive but I'm always happy to accommodate sure you'll accommodate me as long as I got money in my pocket right hey I'm in a bad way doc I might come by soon dr. Friedlander motherfucker asshole so what have we then here friend and freaks there is the last star that's not a type for franklin naja heute mal eine etwas kürzere folge ich habe die letzte vorhin auch schon aufgenommen wie gesagt ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt ich bin ein bisschen der Kälte nur den Moment jetzt gerade drückt mir irgendwie der Schädel deswegen mache ich hier erstmal ein Quid da macht mir das Spiel gerade kein Spaß wenn ich jetzt hier es ist noch zu früh um Tennis zu erwähnen ich schätze ich werde so schnell keinen neuen Tennistrainer bekommen daher braucht nicht jemanden zu bespielen befürchtet meine Schle Schlegerhaltung lässt nach da ist die Notgeil oder was Michael hast du diesen Platz gekauft und benutzt die nicht Achso ja er nimmt sie her hart sehr hart dran das haben wir jetzt mittlerweile gemerkt und wir haben sie auch sehr hart ran genommen hier diesen Schlägerspinner ich kann es mal die Fresse halten immer dieses Radio fuck nur ungut wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss